Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber das Verdauen von Chili Con Carne ist nicht die einzige Gelegenheit, bei der wir, ich, ihr alle Treibhausgase produzieren. Und unser nächster Speaker fand, das ist doch mal ein spannendes Thema für einen Talk, er hat einen Taschenrechner und er hat angekündigt, den auch zu benutzen und er hat sich angeschaut, bei welchen Gelegenheiten wir eigentlich wie viel Treibhausgase benutzen. Also mal ein Beispiel, steige ich die Treppe, nehme ich den Fahrstuhl oder trinke ich Leitungswasser, trinke ich Mineralwasser, was tue ich da eigentlich, was produziere ich da an Treibhausgasen? Er hat es sich ganz genau angeschaut, ihr könnt alle nachrechnen, das heißt, ihr braucht kein großes technisches Vorwissen, ein Taschenrechner reicht vollkommen und danach seht ihr vielleicht einige Dinge anders. Ja, also einen herzlichen Applaus für Gunnar Töhle, er organisiert seit vielen Jahren lokale Projekte rund um das Thema Klimaschutz und Energiesparen und ich freue mich sehr auf seinen Talk und wünsche euch viel Spaß und einen herzlichen Applaus bitte. Ja, hallo. Treibhausgasemissionen einschätzen. Wieso einschätzen? Das mit den genauen Berechnungen, das können ja andere viel besser. Da waren ja heute schon Wissenschaftler, das fing an bei methodisch inkorrekt und eben gab es auch schon Klimaschutz zum Rechnen. Das ist aber für den Alltag viel zu schwierig. Was soll das Ganze? Wir alle als Menschen treffen jeden Tag Entscheidungen, Hunderte, Tausende. Viele davon sind Konsumentscheidungen. Und dafür gibt es häufig ein paar verschiedene Kriterien. Kriterien, das geht los mit Euros. Früher war das mal so, da hat der Preis eines Produkts oder einer Dienstleistung so ein bisschen signalisiert, wie mühsam das ist, das Produkt herzustellen, wie viele Rohstoffe man dafür braucht, ob die von weiter her wegkommen. Heute ist das nicht mehr so. Heute kostet ein Produkt genau so viel, wie du zu zahlen bereit bist. Mal bei Ryanair fragen, wie viel denn der Sitznachbar für den Flug bezahlt hat. Das hat doch irgendwie mit dem Herstellungsaufwand nichts mehr zu tun. Es gibt noch andere Kriterien, die man immer ansetzen kann. Und zum Beispiel Nützlichkeit oder das Produkt sieht gut aus. Und man könnte ein weiteres Kriterium mit aufnehmen, nämlich wie viel Treibhausgasemissionen macht denn das? Wenn wir das berechnen würden, das ist mühsam und es vergeht sehr viel Zeit. Wart ihr bei Qualityland, Marc-Uwe Kling, vor zwei Tagen? Da gab es ein schönes Zitat, eigentlich vom Känguru. Ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen, aber sinngemäß hieß es da, wir können uns ja mal überlegen, wie machen wir denn das mit dem Klimawandel? Gibt es den oder gibt es den nicht? Da denken wir einfach mal 50 Jahre lang drüber nach und streiten uns ein bisschen, tun so lange nichts. Das ist doch super, oder? Und ich bin heute hier, um euch zu zeigen, wie man mit relativ wenig Rechenaufwand so eine grobe Idee kriegen kann. Wie viel Treibhausgas ist es denn? So ungefähr. Da geht es darum, ein Kilo, zehn Kilo, hundert Kilo, hundert Tonnen oder vielleicht nur zehn Gramm. Ob es 100 Gramm oder 250 Gramm sind, also eine Ungenauigkeit von 250 Prozent, ist für die Entscheidungsfindung gar nicht so wichtig. Vorweg, was ist denn das hier mit diesen Luftballons? Wir haben im Moment, sagt das Umweltbundesamt, in Deutschland Emissionen der Kyoto-Treibhausgase von ungefähr elf Tonnen pro Person im Jahr sind 30 Kilo am Tag, sind auch 620 Gramm pro Vortrag. Vortrag heißt 30 Minuten. Nun reden wir hier heute sogar 45 Minuten, das ist kurzfristig. Deswegen habe ich ein paar mehr Luftballons mitgebracht. Diese Sammlung an Luftballons, die man da so sieht, das sind die, ach nee, das stimmt gar nicht. Diese Sammlung an Luftballons, die man da sieht, so ungefähr 60 Stück, ist der Zielwert. Es gibt verschiedene Zielwerte, die man so sagt, wie viel Treibhausgas verträgt die Natur. Der eine sagt drei Tonnen, der andere sagt vier, der andere sagt zwei. So ein Mittelwert, mit dem man sich im Alltag orientieren kann. Zweieinhalb Tonnen, sieben Kilo am Tag, 31 Ballons pro halbe Stunde oder das sind so um die 50. Das müsste uns gut abdecken. Lustigerweise ist die Menge an Ballons, die man da sieht, voll mit Kohlendioxid, ein Gas, auch so viel, wie man braucht, um einen Liter Mate zu machen. Es ist also noch viel zu tun. Und habt ihr Nachrichten geguckt? Sondierungsgespräche und so. Es sieht ja so aus, das mögen alle selber beurteilen, aber die Tendenz ist doch so ein bisschen so, dass das Richtung der Politik nicht genug kommt. Gut, also Tuwatt, selber machen. Wie kriege ich nun in meinem Alltag das so ein bisschen hin? Ich treffe Entscheidungen. Um diese Entscheidungen treffen zu können, gibt es einen Rechenweg, einen Algorithmus. Und zwar für jedes Produkt, das man so hat. Flasche Mate. Da muss man sich überlegen, was ist denn eigentlich passiert, so alles, bis diese Flasche hier in meinen Händen auf dem Tisch steht. Bei der Flasche ist das relativ einfach, da musste mal Glas gemacht werden, aber es ist eine Mehrwerkflasche. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Dann ist da Wasser drin, dann wurde das wahrscheinlich im Produktionsprozess von Mate mal warm gemacht. Also da gab es einen Energieaufwand und dann gehört dazu Mate, Zucker und naja, steht auf der Zutatenliste. Und dann wurde das Ganze noch reichlich transportiert. Der Mate-Tee kommt irgendwo aus Südamerika, ist mit dem Schiff gefahren und dann, das ist eigentlich treibhausgasmäßig viel schlimmer, vom Hafen mit dem LKW zur Firma, wo die gemacht wird. Dann ist die gesamte Mate in der Glasflasche im LKW quer durch Deutschland gekarrt worden, hierher. All diese Prozesse guckt man sich an, da kann man ein bisschen drüber nachdenken, dann kommt man relativ schnell drauf. Dann, wichtige Aufgabe, Irrelevantes weglassen. Was ist irrelevant? Alles das, was für die Entscheidung nicht wirklich einen Unterschied macht. Ich zeige nachher ein paar Beispiele, in welchen Größenordnungen man sagen kann, das ist jetzt wichtig und das ist nicht so wichtig. Denn wenn man das Irrelevante nicht weglässt, macht man eine große Berechnung, unterhält sich mit seinen Freunden darüber und ist drei Monate beschäftigt und hat aber immer noch keine neue sparsame Waschmaschine gekauft. So kommen wir nicht zum Ziel. Die relevanten Prozesse muss man dann irgendwie auswiegen, ausmessen, aufsummieren und dann kommt man zu einem Ergebnis. So kann das ungefähr aussehen. Das ist die Prozesskette zur Herstellung von Tiefkühlpommes. Könnt ihr das lesen? Ja, ne? Geht los mit dem Biomasseanbau, also Kartoffeln. Dann spielt da Dünger eine Rolle, dann wird das mal gekühlt, dann kommt da irgendwo eine Erwärmung dazu und ganz am Schluss werden die Pommes auch noch frittiert. Sieht jetzt noch relativ übersichtlich aus, aber all diese einzelnen Worte, die könnte man auch nochmal anklicken. Und dahinter verbirgt sich dann noch eine Prozesskette. Das ist jetzt nur die Prozesskette für den Kaliumdünger. Mühsames Geschäft. Und so kommt man an die Daten. Ich habe hier sechs Datenquellen mitgebracht, naja, eigentlich nur fünf. Wir sollten uns die alle einmal angucken. Es geht los mit ProBus und Gemis. ProBus ist eine Internetseite und Gemis ist ein installierbares Programm. Also so ein richtiges runterladbares Windows-ausführbares Programm. So wie früher. Offline ohne Internet. In beiden ist es eine große Datenbasis von so ungefähr 10.000 verschiedenen Prozessen. Da stecken schon eine ganze Menge an Alltagsdingen drin. Das geht von Kartoffeln über PKW fahren und Flugzeugfliegen bis hin zur Heizung und Stromproduktion. Gucken wir uns gleich an. Ich habe für Gemis noch ein Beispiel. Dann gibt es ein guter Tag. Das ist eine Internetseite, die hat extra als Ziel besonders einfach. Da steckt ein Katalog von alltäglichen Dingen drin. Flasche Milch, Heizung einer Wohnung für einen Tag mit Punkten. Warum jetzt Punkte und nicht Gramm oder Kilogramm? Weil der verträgliche Wert in diesem Punktesystem, das diese Datenquelle vorschlägt, ist 100 Punkte am Tag. Das kann man sich gut merken und da kommst du im Alltag einfach mit zurecht. Dann gibt es Environmental Product Declarations. Das kommt so aus dem Umweltmanagement. Das sind in der Regel PDF-Dateien voll mit Informationen über Produkte. Gerne komplizierte Produkte. Zum Beispiel Bahnfahrer kennen den neuen Zug der Bahn Talent 2. Für den gibt es vom Hersteller, von Bombardier, eine schöne Dokumentation, in der drinsteht, wie viele Kilogramm Kupfer sind da drin. Und wie viel Strom braucht denn der eigentlich? Besonders gut für Bauprodukte. Hausbau und ähnliches gibt es Ökobaudat vom Staat bezahlt. Ganz viele solche Produktdeklarationen. Für solche Ökobilanzen gibt es dann noch eine ganze Reihe an professionellen Werkzeugen. Gerne aus der Schweiz. Da sage ich einfach mal, die sind für unsere Anwendung Alltagsentscheidungen treffen in 5 Minuten. Zu kompliziert und zu teuer machen wir halt nicht. Und Physiker anwesend, bestimmt. Oder Chemiker. Man kann ja auch berechnen. Wo kommt denn das eigentliche Kohlenstoffatom her, das jetzt in dem CO2 ist? Das ist auch relativ mühsam. Hat im Alltag auch nicht so wirklich, funktioniert nicht so gut mit zwei Ausnahmen. Wenn irgendwo in irgendeinem Prozess, zum Beispiel mit dem Auto zum Kongress fahren, ein Liter Diesel reingeht, dann kommen hinten immer 2,33 Kilogramm Kohlendioxid raus. Das ist halt so. Jetzt wollen wir mal gucken. So sieht das aus. Programm aufrufen. Datensatz laden. Habe ich jetzt schon mal gemacht. Dauert auf meinem Ladenrechner nämlich locker 5 Minuten. Dann Prozesse angucken. Was gucken wir uns denn mal an? Ach, was für ein schöner Prozess. Eine Flasche Mate. Berechnen, klicken. Warten, 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 warten. Aber nebenbei, solange wir warten, es gibt ja noch andere Umwelteinflüsse. Treibhausgas ist nicht alles. Es gibt Feinstaub, Stickoxide, hochradioaktiver Abfall. Das ist auch alles wichtig. Und es liegt dann an euch, eine Abwägung zu treffen. Was ist mir wichtig? Das kommt auch alles raus. Aber ein Kilo Mate erzeugt 290,22 Gramm CO2-Äquivalent. Noch eine Zwischenfrage. CO2-Äquivalent. Was ist denn das jetzt? Es gibt noch andere Treibhausgase außer Kohlendioxid. Die sind nach ihrer Wirkung spezifisch auf CO2 umgerechnet, damit das Ergebnis einfacher ist. Können wir noch ein paar andere Dinge angucken? Orangen vielleicht? Da schauen wir uns die Prozesskette an. Geht auch los mit Biomasseanbau. Orangen wachsen irgendwo. Es passiert von alleine. Und hier diese ganz winzigen grünen Tees, die kann man da kaum sehen. Das sind Transportvorgänge. Wird alles mitbilanziert. Heißt auch für das Schiff, das die Orangen hier her schafft, es ist aus Stahl gemacht. Stahlerzeugung, da geht Kohle rein und Erz. Das verzeugt Kohlendioxid. Alles anteilig mitbilanziert. Wollt ihr noch einen Prozess angucken? Ganz schön ist auch PKWs. In der Datenbank, sowohl bei ProBus als auch Gemis, ist eine Vielzahl an PKWs abgebildet. Und zwar mit allen Antriebstechniken, die man sich so vorstellen kann. Hier zum Beispiel Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge mit Benzinmotor. Gibt es eine lange Prozesskette dazu. Fängt an mit Erdöl. Klar, Plug-in-Hybrid-Fahrzeug ist im Grunde ein Verbrennungsmotor, wo man ein bisschen die Batterie aufladen kann. Kommt ein Ergebnis raus. Das dauert etwas länger, weil die Prozesskette ist sehr lang. Deswegen brauchen wir da nicht drauf warten. Ich habe die Ergebnisse nämlich noch mitgebracht. So, Ergebnisse. So kann sowas dann aussehen. Und zwar vorwärts fahren. Verschiedene Verkehrsmittel aufgeführt. Ich will auf Einzelne ein bisschen eingehen. Was fällt auf? Zweiter und dritter, zweite und dritte Säule. Bahn, Diesel und Bahn elektrisch. Bahn mit Dieselbetrieb. Das ist so der typische Nahverkehrszug. Heute hat mir jemand gesagt, auf der Odenwaldbahn, im Odenwald, fährt ein kleiner Dieselbetriebzug. Das ist tatsächlich gar nicht so richtig ökologisch. Da kannst du auch Bus fahren. Elektrisch ist viel besser. Und wo wir uns auch nochmal drüber unterhalten sollten, ist Flugzeug. Alle sagen, Fliegen ist total schlimm. Warum denn? Fliegen ist doch wie Autofahren. Hier kann man schön sehen, dass Treibhausgasemissionen allein so pro Kilometer gerechnet, nämlich ist nicht alles. Ein Flugzeug benutzt man vor allem dazu, um sehr große Entfernungen zurückzulegen. Wenn man das stattdessen mit dem Auto tun würde, ist das genauso schlimm. Das Flugzeug erzeugt auch diverse andere Abgase und das auch noch in der Atmosphäre. Das ist hier jetzt nicht aufgeführt. Aber insgesamt der Spritverbrauch, wenn man in einem Flugzeug fliegt, pro Person, nicht für das ganze Flugzeug, der liegt so ungefähr auf dem Niveau von Autofahren. Und dann sollten wir uns auch noch diesen angucken. Elektroautos. Wer so in letzter Zeit die Medien verfolgt hat, Elektroautofahren löst gar keine Probleme. Elektroautofahren mit Kohlestrom bringt doch nichts. Doch bringt was. Nicht so viel. Aber es bringt ein bisschen was. Wenn er jetzt seine Elektroautos, stehen ja einige auf dem Kongress rum inzwischen, mit Ökostrom betreiben würde, dann sähe das natürlich noch mal anders aus, denn dieser Mixstrom, der da genannt ist, Mixstrom, das bezeichnet durchschnittlichen Strom aus dem deutschen Stromnetz. Und als letztes Verkehrsmittel Fahrradfahren. Warum ist das nicht null? Das ist auch relativ einfach. Wenn man Chili-Konkanen isst, dann ist das erneuerbare Energie. Denn das sind ja Pflanzen. Pflanzen wachsen nach. Das Fahrrad selber ist aber nicht aus erneuerbarer Energie gemacht, sondern aus Stahl oder aus Aluminium. Die Herstellung von diesen Metallen erzeugt relevante Größen von Treibhausgasemissionen. Und wenn man jetzt überlegt, wie viele Kilometer fährt so ein Fahrrad in seiner Lebensdauer von 20 Jahren oder so, dann muss man die Emissionen der Produktion des Fahrrades wie beim Finanzamt abschreiben pro Kilometer. In den Datenbanken ProBas und Gemis sind typische durchschnittliche Lebensdauern und auch Kilometer pro Jahr hinterlegt. Und dann kommt raus, Fahrradfahren ist nicht null. Das ist aber doch ziemlich umweltfreundlich. Nächstes Ergebnis, vielleicht auch ein bisschen interessant. Nachdem wir uns vorwärts bewegt haben, wir können ja auch mal hochgehen. Ich habe in der Ankündigung des Vortrags versprochen, keine Formeln. Tut mir leid, eine Formel ist doch dabei. Mal links angefangen, Aufzug fahren. Was muss so ein Aufzug tun, um einen Meter in die Höhe zu fahren? Er muss den Fahrgast bewegen. Fahrgast wiegt durchschnittlich 80 Kilogramm. Er muss die Aufzugkabine bewegen. Eine Aufzugkabine wiegt 330 Kilogramm. Wo habe ich diese Zahl her? Man kann von Aufzügen Environmental Product Declarations, also EPDs, googeln. Da steht das einfach drin. Diese gesamte Masse von 410 Kilogramm muss einen Meter in die Höhe geschafft werden. Das ist potenzielle Energie und das haben wir im Physikunterricht gelernt. Da kommt raus, braucht man 4022 Joule oder 0,0011 Kilowattstunden elektrischen Strom. Was habe ich in dieser Rechnung vollkommen unterschlagen? Den Wirkungsgrad, die Beleuchtung der Aufzugkabine, alles nicht dabei. Warum? Der Wirkungsgrad von einem Elektromotor, der wird irgendwo so bei 90 Prozent sein. Diesen Fehler von 10 Prozent in dieser Berechnung, finde ich, den kann man einfach für eine Alltagsentscheidung kann man das einfach machen. Weil, wie man schon am Ergebnis sieht, der Unterschied zwischen Treppe hochgehen und Aufzug fahren ist größer als 10 Prozent. Ich treffe also auch mit fehlhaften Berechnungen die richtige Entscheidung. Jetzt hängt es noch davon ab, fährt der Aufzug mit Ökostrom oder mit normalem Mixstrom, naja, es sind auf jeden Fall irgendwie so 0,6 Gramm. Gehe ich die Treppe hoch, ähnliche Rechnung, bloß muss keine Aufzugskabine mit, denn Treppe hochgehen kann ich ja alleine, also 80 Kilo hoch, macht 785 Joule Energieaufwand. Hier kommt jetzt ein Wirkungsgrad vor. Warum? Es sind halt nicht 90 oder 95 Prozent wie beim Elektromotor, sondern es ist eine ganz andere Zahl. Verschiedene Experten streiten sich, einer sagt, Wirkungsgrad von Menschen ist irgendwie bei 5 Prozent oder bei 30 Prozent oder so. Ich habe einfach einen Mittelwert gebildet aus den Zahlen, die ich gefunden habe, kommt 15 Prozent raus. Also muss ich um einen Meter die Treppe hochzugehen, 5233 Joule essen. Das sind 2 Gramm Salzkartoffeln oder 0,75 Gramm Rindfleisch. Und so sieht das aus. Hier links ist die Version für Rindfleischesser. Wenn man die 18 Gramm Kohlendioxid in Luftballons abfüllt aus einer Gasflasche, das habe ich heute genau so gemacht, dann kommt da so ein Bündel Luftballons raus. Hier rechts ist die Version für Kartoffelesser. Und wer findet die Version für Aufzugfahrer? Die klebt hier in so einem ganz schlaffen, kleinen Luftballon an der Seite. Wasser trinken. Auch ein schönes Alltagsbeispiel. Leitungswasser, ein Liter Leitungswasser kommt aus dem Hahn, bis das passiert ist, ein halbes Gramm Kohlendioxid verbraucht. Wo kommt diese Zahl her? Die kann man einfach aus dem Gemis rausholen. Wer die Primärquelle suchen möchte, der wühlt sich ein bisschen durchs Programm. Alles ist dokumentiert. Basis sind tausende wissenschaftliche Studien. Da kann man sich das einfach nochmal angucken. Wenn man aber jetzt Flaschenwasser trinkt, naja, was ist Flaschenwasser? Kommt wieder die Überlegung, wie kommt das Flaschenwasser zu mir nach Hause? Das ist irgendwo aus dem Boden geholt worden, durch ein Rohr gepumpt. Das ist im Grunde dasselbe Vorgang wie bei Leitungswasser. Wasser kommt aus der Erde in eine Abfüllfabrik. Dann brauche ich eine Flasche. Flaschen bestehen aus, ich habe ein bisschen vorsichtig gerechnet, 20 Gramm Polyethylen-Ter-Eftalat. Guckst du nach, in der Software entstehen 64 Gramm Kohlendioxid. Das gilt für Einwegflaschen. Das gilt auch für Plastikpfand-Einwegflaschen, denn daraus werden eher T-Shirts als neue Plastikflaschen gemacht. Dann musste die Flasche von der Abfüllfabrik in den Laden kommen. Ich habe mich für ein regionales Produkt entschieden, das nur 200 Kilometer gereist ist und nicht aus Frankreich kommt. Eine Flasche mit Leitungswasser oder Mineralwasser vom Produktionsaufwand im Grunde ja dasselbe, die ein Kilo für das Wasser wiegt und 20 Gramm für die Flasche im LKW transportiert. Über 200 Kilometer macht 10 Gramm Kohlendioxid aus Dieselabgasen. Und dann bringe ich sie noch nach Hause, vom Laden nach Hause. Und weil ich ja klimaschonend unterwegs bin, mache ich das zu Fuß, das ist 0. Das kann ich also jetzt aus diesem Vergleich lernen, wenn man da so guckt. Das Endergebnis, die beiden Varianten Leitungswasser trinken oder Flaschenwasser trinken, unterscheiden sich um einen Faktor von ungefähr 150. Wenn ich jetzt in dieser Berechnung irgendwo einen Fehler gemacht habe, der einen Faktor 10 enthält. Ich habe mich irgendwo verhauen, kann ja sein. Und eigentlich ist Flaschenwasser nur 7,5 Gramm statt 75 Gramm. Dann treffe ich immer noch dieselbe Entscheidung. Wenn ich also wirklich nur Entscheidungen treffen will, reicht das so. Auch davon gibt es ein Foto mit Luftballons. Die Gefäßgröße, die hier abgebildet ist, ist nicht ein Liter, das weiß ich, aber die Größe an Luftballons, die man da so sieht, die entspricht jeweils einem Liter Wasser in Flaschen oder in Leitungswasser. Ihr habt ja auch die einmalige Chance, einen Blick in die gastronomische Versorgung des Speaker's Room zu werfen. Da gibt es diese wunderschönen Schneemannbecher. Letzten Sommer wurde diese Sau durchs Internet getrieben. Schwedische Studie rechnet vor, CO2-Bilanz eines Elektroautos ist ein Desaster. Die Studie habe ich mir angeguckt, die ist richtig. Die CO2-Bilanz dieses Elektroautos in den Annahmen, die in der Studie getroffen wurden, ist ein Desaster. Was tut diese Meldung, wenn die so in der Öffentlichkeit verbreitet wird? Das ist jetzt nur beim Fokus, das war ja auch bei Heise und bei zig anderen Medien. Ja klar, lass uns doch weiter mit dem Benziner fahren die nächsten 50 Jahre, anstatt irgendwas in unserem Alltag zu ändern. Ich habe mir stattdessen diese Studie mal reingezogen. Das könnt ihr auch. Sie liegt hier in diesem Vortragsverwaltungssystem, habe ich sie verlinkt. Und da ist sehr schön aufgeführt, das Elektroauto, das man in Schweden am häufigsten fährt, scheint ein Tesla zu sein. Der Tesla zeichnet sich dadurch aus, dass er eine sehr, sehr große Batterie hat. Und was ist am Elektroauto herstellen? Das Schlimme, genau, die Batterie. Wie wird eine Batterie hergestellt? Habe ich mir auch angeguckt. Batterieherstellung hat vom Energieaufwand die Hälfte der CO2-Emissionen der Batterieherstellung sind Strom. Es ist also plötzlich relevant, wo diese Batterie gemacht wird. Mit welchem Strom. Dieses Fazit steht auch tatsächlich in der Primärquelle. So, und es gibt diese schöne Tabelle. Es gibt einen Referenzwert, Ellingsen, das ist ein Durchschnitt verschiedener Studien, die dort verglichen wurden, der ist als 100% angesetzt. Wenn ich jetzt dieselbe Batterie aber in Schweden herstelle, Schweden, Wattenfall, das ist der örtliche Stromversorger, Wattenfall heißt auf Deutsch, ja klar, Wasserkraft. Wasserkraft ist sehr ökologisch, da kann ich dieselbe Batterie für nur ein 0,07 der Kohlenhydxid Emissionen herstellen. Das ist doch schon mal ein Wort. Ich finde auch, mit diesem Fakt, achso, das muss ich auch noch zu Ende sagen, die Batterie des Teslas in der schwedischen Studie wurde mit chinesischem Kohlesstrom gemacht. Das ist natürlich das Schlimmste, was du dir aussuchen kannst. dieses Faktum sollte man doch eigentlich auch mal in der Diskussion Batteriefertigung für Elektroautos in Deutschland sinnvoll oder nicht, sollte man eigentlich auch mal einbringen. Davon gibt es kein Foto mit Duftballons, das wären irgendwie Millionen gewesen und dank meiner furchtbaren Erkältung kriege ich das heute nicht hin. Einkaufen gehen, das ist schwierig. Da streiten sich die Experten, denn was müssen wir vergleichen? Ein Ladengeschäft, das heißt, da ist das Licht an, da ist ein Gebäude gebaut worden und Kunden fahren zu diesem Ladengeschäft hin und das tun sie erstaunlich oft mit einem Pkw. Oder die andere Alternative, Amazon und Co., da wird kein Laden gebaut, sondern nur ein Großhandelslager, das ist viel schlechter beleuchtet, das ist zentraler, ist pro Produkt viel kleiner, dafür hast du aber einen Paketdienst beschäftigt und das Ganze wird ein bisschen mehr verpackt. Da sind so viele Faktoren und Variablen drin, das schaffst du nicht, da irgendwie zu einer sinnvollen Entscheidung zu kommen. Deswegen möchte ich da heute keine Empfehlung abgeben, welche Variante besser ist. Es scheint eine Tendenz zu geben, online scheint ein bisschen besser zu sein, daher meine Empfehlung, fahrt nicht mit dem Auto zum Laden, sondern geht zu Fuß oder mit dem Fahrrad, keine Expresslieferung bestellen. Warum das? Expresslieferung, also Amazon Prime und Co., führt dazu, dass die Tuchen der Paketdienste länger werden, denn man kann weniger Pakete auf derselben Strecke ausliefern. Die müssen pro Kunde weiter fahren, damit mal weniger gesammelt werden kann. das ist natürlich blöd, weil es erzeugt Treibhausgasemissionen im Diesel des Paketdienstes. Kauft große Mengen, nehmt einen Stoffbeutel mit und natürlich die beste Empfehlung, muss man das denn wirklich kaufen? Lebensmittel, auch sehr interessant. Ich habe da so eine Faustregel mitgebracht, alles was Spaß macht, ist blöd. Die sieben Säulen ganz links sind pflanzliche Produkte. Wer vegan lebt, der macht es also richtig. Was ist denn bei dem Reis, dem ersten etwas größeren? Ja klar, Reis wird im Feuchtanbau produziert, dabei entstehen große Mengen Methan. Was ist los bei Milch, Butter, Käse? Das sind Milchprodukte. Milchprodukte heißt Kuh, Kuh, wie beim Chili, Smetan. Und, was man auch noch sehr schön sehen kann, Wurst besteht nicht zu 100% aus Fleisch. Das wussten wir doch auch alle schon, oder? So kann das dann aussehen. Das ist das Catering, das den Speakern oben serviert wird. Wir haben hier zu sehen ein Brötchen, industriell hergestellt, bisschen Weizen und Roggen, zwei Luftballons, eine Scheibe Salami, die scheint relativ wenig Fleisch zu enthalten, eine Scheibe Käse ist schon ein bisschen mehr, denn Käse ist im Grunde ja auch konzentrierte Milch und hier ganz oben und hier ganz oben die fünf meinen diesen kleinen Klecks Butter, der da auf dem Cracker liegt. Der Cracker selber gehört nicht dazu. Die Lakritzschnecken habe ich nicht mitbilanziert. Jetzt seid ihr an der Reihe. Tut was. Trefftentscheidungen. So Empfehlungen, die man so auf die Schnelle mitgeben kann. Kauft Erlebnisse, keine Gegenstände. Wenig Auto. Was ist ein V-Auto? Klar, E-Auto, Elektro, V-Auto, Verbrennungsauto. So wenig wie es halt geht. Und wenn, dann macht den Wagen voll. Fahrgemeinschaften zum Kongress. Super. Fünf Leute, aber nicht fünf macht so hoher Spritverbrauch. Wenig Flugzeug. Kauft Geräte der Energieeffizienzklasse A+++. Wer hat schon gewusst, wer einen Kühlschrank kauft beim Mediamarkt und da steht drauf Energieeffizienzklasse A. A ist doch super, oder? A ist aber inzwischen das schlechteste Produkt, was du auf dem Markt kaufen kannst. B gibt es nicht mehr. Und ganz wichtig, zieht ins Passiv aus. Warum das? Ich habe gleich noch ein kleines Abschlussschmankerl mitgebracht. Das hat mit Heizen zu tun. Und wenn ihr Lust habt, ich habe noch ein paar mehr Luftballons, die verschenke ich gerne. Bilanziert mal den Kongress voll. Der eine Luftballon reicht übrigens fürs Bier nicht. Und ich wollte nicht von dannen gehen, ohne mal zu versuchen, diesen Kongress auszubilanzieren. Alle diese Zahlen, das habe ich ja zu Anfang schon gesagt, alle Zahlen sind falsch. Aber sind sie falsch genug? Ich würde sagen, man kriegt zumindest seinen ersten Eindruck. Ich habe das vor ungefähr zwei Wochen gemacht, mit allen Zahlen, die ich damals so hatte. Da hieß es, 13.000 Tickets sind verkauft. Dann habe ich mal ein bisschen geschätzt, wie viele Leute kommen mit dem Flugzeug, mit dem Auto und mit der Bahn. Kongressbesucher kommen bestimmt häufig mit der Bahn. Und dann siehst du, kleine Treibhausgasemissionen. Dann müssen diese großen Räumlichkeiten beheizt werden. 14 Tage lang, 116.000 Quadratmeter, 155 Kilowattstunden ist der Energieverbrauch, um einen Quadratmeter diese Hallen ein Jahr lang zu beheizen. Ich habe mal vermutet, dass das Ganze mit Erdgas passiert. 220 Gramm pro Kilowattstunde. Kommt 153 Tonnen CO2 raus, nur um es hier warm zu machen. Stromverbrauch ist nicht so relevant. Und da kommen wir jetzt zu den spannenderen Sachen. 26.000 Liter Mate, fällt nicht auf. 500 Kilo Limetten spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe mich auch mal in den Extrafahrten der Straßenbahn versucht, spielt auch keine Rolle. Und die Weltraumfahrt ist ja sowieso Kohlendioxid frei. Macht 1.500 Tonnen Kohlendioxid in vier Tagen. Sind 100 Kilogramm pro Person. Wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr, aber das ist so die Größenordnung. Und wer erinnert sich noch an den Anfang? 7 Kilo am Tag ist okay. 30 Kilo am Tag ist so der Durchschnitt. Ich würde sagen, wir liegen so ungefähr bei dem Durchschnitt. Da geht noch was. Damit noch ein schönes Abschlussfoto mit einer Flasche Mate und ihren zu geringen Luftballons. Das seht ihr ja hier auch. Und das soll es dann gewesen sein. Und jetzt stehe ich noch für Fragen zur Verfügung, wenn denn der Herald noch da ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Gunnar. Also wenn mir jemand noch mal Faulheit vorwirft, weil ich Treppen steige, also weil ich einen Aufzug nehme und nicht die Treppe, dann weiß ich, was für ein Argument ich jetzt vorbringen werde. Wir haben jetzt noch Zeit für Fragen und zwar ziemlich genau bis Mitternacht. Und ich würde sagen, wir starten mit Fragen aus dem Internet. Hallo, Frage aus dem Internet. Wie genau ermittelt man die CO2-relevanten Faktoren bei der Produktions- und Lieferkette? Ja, da muss man sich ein bisschen reindenken. Es gibt so typische Vorgänge, die hohe CO2-Emissionen verursachen. Das ist immer, wenn irgendwas verbrannt wird. Das ist immer, wenn Zement eine Rolle spielt. Das ist immer, wenn Transportaufgaben anstehen und wenn Strom verbraucht wird. Wir haben andere Vorgänge, die in so einer Prozesskette sind. Kann man in der Regel weglassen. Und wie man jetzt draufkommt, wie viel CO2 es denn durch Strom ist oder wie viel CO2 Zement macht, dafür gibt es dann halt diese schöne Software. Und dann stellt sich noch die Frage, ich baue mir zum Beispiel ein Haus, komplizierte Prozesskette, spielen viele Materialien eine Rolle, wird ganz viel verarbeitet. Da muss ich das wahrscheinlich ein bisschen wiegen oder ausrechnen oder ähnliches. Wie viel Zement ich gekauft habe, steht irgendwo auf der Rechnung. Wie viel Holz oder so. Wahrscheinlich wird man es ein bisschen wiegen müssen. So habe ich es zum Beispiel gemacht bei dem Speaker-Mittagessen mit dem Gesebrötchen. Da steht auf der Verpackung 500 Gramm. Da musst du mal zählen, wie viele Scheiben da drin sind. Weißt du, wie viel eine Scheibe Käse wiegt. So muss man sich dem irgendwie ein bisschen annähern. So ganz ohne, ich sag mal so ein Hineinfühlen oder ein bisschen nachforschen, was denn in dem Prozess stattfängt. Das muss man halt machen. Viele Dinge, die im Alltag vorkommen, sind aber einfach schon hier in der Software vordefiniert. Früher gab es zum Beispiel auch mal einen Eintrag für Bier. Der ist leider in der neuen Version nicht mehr dabei. Nichts mehr dabei. Aber selbst die Pommes sind ja hier schon drin. Brauchst du nur noch nachgucken. Frage einigermaßen beantwortet. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir machen weiter mit der 1. Deine Frage. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Also absolut genial. Du hast von V-Auto, von E-Auto gesprochen. Ich bin seit fünf Jahren begeisterter Erdgasfahrer. Also viele Leute kennen Erdgas leider nicht so gut. Und ich möchte jetzt rausfinden, ob es eigentlich oft besser als sogar Stromautos, zumal ich sowieso zu viele Kinder habe für ein Elektroauto habe. Was auf dem Markt ist im Moment. Fährst du in Groß-, Mittel- oder Kleinwagen? Caddy Maxi. Also vier Kinder passen nicht in eine normale Caddy. Da können wir ja mal gucken. Wenn es nicht zu viel dauert, ich will doch nicht zu viel. Joa, wird schon gehen. Was ich so kenne... Die Frage wäre auch gewesen, ob du überhaupt so geguckt hast, sozusagen. Weil es ist halt relativ Unbekanntes als alternative Lösung. Ja, ich habe natürlich vorher mal geguckt. Erdgas liegt so im Mittelfeld irgendwo zwischen Benziner und Elektro. Aber bei Elektro ist es total wichtig, mit welchem Strom das geladen wird. Hier, Ergebnis. Erdgas, Auto groß. Ich meine, bei Erdgas auch. Das fängt damit an, woher dein Erdgas kommt. Ja, diese Berechnung ist jetzt mit fossilem Erdgas. 300 Gramm pro Kilometer. Ist nicht so geil. Ja, weil es konventioneller Erdgas ist. Wie wäre es mit Bio-Erdgas? Genau. Einen großen Wagen nehmen, ne? Finde ich auf die Schnelle nicht. Nimm mal einen Mittelwagen. Naja, egal. Okay. Wollte ich nur anregen, vielleicht als Alternativ gucken. Für manche Leute ist es tatsächlich noch eine Alternativ zu E-Auto. Danke. Vielen Dank für deine Frage. Die nächste Frage kommt von Nummer 5. Danke für den Vortrag. Auf deiner Ergebnisliste waren auch Pommes zu sehen und die waren relativ tief. Ich wollte nur fragen, sind das Tiefkühlpommes? Das waren Tiefkühlpommes. Okay. Hier jetzt Zwischenergebnis. Erdgas, Auto und Biogas betrieben. Nur die Hälfte. Das ist doch schon mal ein echter Fortschritt. So, dann haben wir noch eine Frage von Nummer 1. Hallo, vielen Dank für deinen Vortrag. Fand ich toll. Ich bin begeisterte Elektrofahrerin und mache das jetzt seit anderthalb Jahren. Und ich kann es nur befürworten. Aber das Argument kommt natürlich auch immer, das ist nur dann gut, wenn es auch aus diesem Ökostrom hergestellt wird. Die andere Frage vergessen oder was man halt immer machen muss als Elektroautofahrer. Man soll immer alles hundertprozentig machen und andere Leute vergessen aber, dass ihre Tankstelle auch nicht irgendwie mit Ökostrom betrieben wird und die Raffinerie. Davon abgesehen, was meine Frage wäre, was war der größte Aha-Effekt, wo du gedacht hast, das wäre eine gute CO2-Bilanz und dann kam doch was Doofes dabei raus oder was Schlechtes. Zum Glück gar nichts. Aber umgekehrt, Erdbeeren aus Spanien. Ich hatte es auf der Titelfolie. Niemand mag Erdbeeren aus Spanien. Einerseits schmecken sie nicht besonders gut, andererseits werden sie mühsam mit dem LKW hier herangekarrt. Das ist gar nicht so schlimm. Das kann man machen. Wenn man nicht nach Mallorca in Urlaub fliegt, dann hätte man seine Bilanz sowieso komplett ruiniert. Das kannst du vergessen. Sich mal eine Erdbeere gönnen, ist einfach okay. Mach das. Also eher andersrum, als du sowas entdeckt hättest. Also es muss leider jetzt jemand anderen dran nehmen. Vielen Dank für deine Frage. Dann hätten wir wieder eine Frage aus dem Internet. Die Frage ist, wie kann man die vorgestellte Methode zur Entscheidungsfindung noch weiter vereinfachen, um sie wirklich alltagstauglich zu machen? Dafür empfehle ich den Katalog von eingutertag.org. Der funktioniert auf dem Smartphone und ist echt simpel. Man muss sich darauf verlassen, was die ausgerechnet haben. Aber es ist echt einfach. 100 Punkte am Tag, kriegt man irgendwie im Kopf zusammengezählt. Passt. Dann haben wir noch eine Frage von Nummer 5. Danke für den Vortrag. Du hast gesagt, wir sollen in Passivhäuser ziehen. Ist das nicht gerade auch ein kontroverses Thema? Weil ich kenne da aus Wiesbaden ein Beispiel. Da hat eine Wohnbaugesellschaft zwei identische Mehrfamilienhäuser gebaut. Ein normales, ein Passivhaus. Und die Energiekosten im Passivhaus waren im Endeffekt durch Belüftung und Ähnliches sogar noch höher als in dem konventionellen Haus. Ja. Ja, das ist kontrovers. Ich kenne ähnliche Fälle. Ich selber wohne in einem KfW-Effizienzhaus 55. Ich habe bis heute nicht die Heizung angemacht. Da sind die Energiekosten null. Außer fürs Duschen warm. Das gibt es schon auch. Was da in diesem Wiesbadenhaus vorgefallen ist, würde mich interessieren. Kann ich so ad hoc? Die Erfahrungen von Passiv- und Effizienzhausbewohnern, die ich so kenne, sind in der Regel überragend positiv. Man muss dann noch bedenken, um so ein Haus zu bauen, da musst du mehr Dämmstoff einsetzen und mehr andere Sachen machen. Der muss ja auch alles hergestellt werden. Da kommen wir jetzt dann in so Bereiche zum Erntefaktor. Das heißt, nach welcher Zeit hat die Energieeinsparung, die ich mit dem zusätzlichen Dämmstoff erzeugt habe, also wann habe ich damit den Herstellungsaufwand für den Dämmstoff wieder rein? Das sind üblicherweise so Monate. Da sage ich, ich wohne länger als ein paar Monate in meinem Haus. Das ist schon okay. Kannst du halt machen. Eine Frage von Nummer 6. Ich würde gerne wissen, warum du bei dem Aufzug und Treppensteigen den CO2-Ausstoß des Menschen berücksichtigt hast, aber zum Beispiel bei dem Supermarkt einkaufen gesagt hast, wenn man zu Fuß geht, ist es null. Ja, das ist richtig und das habe ich auch falsch gemacht. Das war ja auch ein lehrreiches Beispiel sozusagen. Die Kartoffeln, die beim Treppensteigen benutzt werden, die sind ja regenerative Energie. Das ist eigentlich null. Was noch eingeht ist, das kann man sich auch in der Software ein bisschen angucken, Kartoffeln sind tatsächlich nicht ganz null, denn da spielt irgendwo ein Trecker eine Rolle, der wird mit Diesel betrieben. Aber ja, hast recht. Dann haben wir noch eine Frage aus dem Internet. Warum ist GEMIOS nur als Binary für Windows erhältlich und gibt es Ansätze, da irgendwie eine Ersatzsoftware irgendwie frei zu entwickeln, für die Daten auszuwerten? Warum es nur als Windows Binary erhältlich ist, weiß ich nicht. Das müssten ja die Programmierer fragen. Mir sind keine Ansätze bekannt, Alternativen zu entwickeln, aber wie ihr seht, betreibe ich hier eine Maschine, die läuft mit Android, geht scheinbar auch und GEMIOS läuft auch ganz gut unter Wein. Es wäre Zeit für eine freie Software-Alternative, finde ich, ja. Ich kann das nicht, ich bin kein Programmierer. Tuwad sage ich es ja nur, Tuwad. Eine Frage von Nummer 5. Ganz kurze Frage. Da war dieses Balkendiagramm mit den Lebensmitteln. Auf was war das gerechnet? Vielleicht stand es an der Seite dran. Alles pro Kilo. Pro Kilo, ja. Man muss da noch natürlich mit reingucken. Wenn ich ein Kilo Brot esse oder wenn ich ein Kilo Rindfleisch esse, dann habe ich nicht nur einen unterschiedlich hohen Genuss, sondern auch eine unterschiedlich hohe Energiemenge. Das ist natürlich eigentlich auch wichtig. Vielen Dank. Eine Frage von Nummer 7. Ich frage mich, wie du bewertest, sozusagen diese Null-Energiehäuser oder Passivhäuser, die im Standard nicht für Hochbauten sozusagen 7, 15-geschössig im Städtebau sozusagen gedacht sind. Und da erlebt ja auch Beton sozusagen gerade so ein bisschen Hype, obwohl es sozusagen auch viele Besprägungen gibt gegenüber Holzbau und Hochbau. Und wie siehst du das? Und hinsichtlich der Rezyklierbarkeit, was sind da sozusagen die idealeren Herangehensweisen an die Beurteilung aus deiner Sicht? Krass. Gehen wir nachher noch was trinken? Okay. Kurze Fassung. Ich bewundere mit relativ großer Bewunderung, was Architekten und Ingenieure im Bereich Holzhochhäuser zurzeit so produzieren. Das ist echt geil. Da in dieser Fragestellung, da sind so viele Parameter drin. Da kommt dann irgendwann dazu, verdichtetes Wohnen heißt häufig weniger Mobilitätsbedarf der Einwohner, musst du irgendwie dran denken. Vielleicht ist es dann okay, wenn du das schaffst, Beton einzusetzen im Haus. Das ist eine ganz schön komplizierte Fragestellung. Zum Glück kauft man sich ein Haus nicht jeden Tag. Deine Frage Nummer eins. Ich möchte auch nochmal gerade auf das Beispiel mit dem Aufzugfahren zurückkommen. Du hast herausgefunden, es ist umweltfreundlicher Aufzug zu fahren, als die Treppe hochzugeben. Ist dahingehend dein Tipp an uns eigentlich auch, macht keinen Sport, damit ihr weniger essen müsst, weil das umweltfreundlicher ist? Nein, natürlich nicht. Okay, danke. Es gibt noch so ein anderes Argument. Am ganzen Anfang habe ich gesagt, es gibt verschiedene Kriterien. Euros, sieht gut aus. Treibhausgas, es gibt natürlich noch ein ganz anderes wichtiges Kriterium. Gesundheit. Selbst Treppe steigen, zwei Gramm CO2, ein halber Luftballon voll, ist voll okay. Kannst du schon machen. Puh, nochmal Glück gehabt. Nummer fünf, eine Frage von dir. Gerade auf dieser Folie habt ihr vom Wirkungsgrad des Menschen gesprochen. Wäre allgemein, einen Kommentar abzugeben, wenn man beim Produzieren der Energie den Wirkungsgrad verbessern könnte. Also allgemein, das würde in meiner Hinsicht einen großen Einfluss haben. Einfach die Wirkungsgrade verbessern. Also nicht die der Natur, das können wir noch nicht. Ja, das können wir nicht so gut. Aber wir können natürlich schon versuchen, die Wirkungsgrade der Technik zu verbessern. Und das haben ja schon Leute gemacht. Ein Beispiel Stromerzeugung. Strom wird immer noch überwiegend erzeugt, dadurch, dass man irgendwas verbrennt und einen Generator antreibt. Da gibt es physikalische Grenzen, die kommen aus dem Kanogesetz. Heißt so viel wie der Temperaturunterschied zwischen dem großen Feuer, das du in Kraftwerk machst und der Umgebung definiert, der einen maximal möglichen, also theoretisch maximal möglichen Wirkungsgrad. Und will man also als Ingenieur, das ist lustigerweise mein Beruf, da hergehen und diesen Wirkungsgrad hochkriegen, die Umgebung abkühlen. Das kann ich nicht. Dazu müsste ich mein Kraftwerk nach Russland stellen. Das hilft irgendwie nicht. Aber ich kann ja das Feuer heißer machen. Wir scheinen inzwischen ziemlich an den Grenzen angekommen zu sein, bei denen es noch möglich ist, ein Metall, also überhaupt einen Werkstoff, zu konstruieren und zu benutzen, der dabei nicht schmilzt. An vielen dieser Stellen in der Technik sind wir schon relativ nah im physikalischen Wirkungsgradmaximum. Da gehen noch so ein paar Prozent wahrscheinlich. Aber so richtig große Sprünge, so große Sprünge, wie auf der Titelfolie zu sehen sind, sehe ich nicht. Die reine Wirkungsgraderhöhung der Technik wird es nicht reißen. Aber ein bisschen was geht da sicher noch. Ja, vielen Dank. Damit sind wir am Ende des Vortrags angekommen. Bitte nochmal einen ganz, ganz herzlichen Applaus. Applaus Vielen Dank.